Nice. Was? Als ob der Hit nicht gezählt hat. No way. Ich mach halt... Oh mein Gott, der ist so gut, der Typ. Ja, Labe halt. Alter, was ist das für ein Kampf? Was ist das für ein Kampf? Ich bin so low. Ich bin so down. Komm. Oh, schöne 26. Jetzt muss ich risken. Aber ich muss weg hier. Ich kann es nicht riskieren, den jetzt anzugreifen. Kann ich nicht machen. Ich bin viel zu low. Nein, der Hit hätte setzen müssen. Ich kann nicht mehr reden, ey. Der Kampf ist so viel zu anstrengend. Jo, Leute. Willkommen zu einem weiteren Hyperscape-Video. So, Leute. Wir droppen rein. Und zwar gleich in Mona. Und jetzt kommen auch, glaube ich, ein paar Leute mit. Und Leute. Als allererstes mal, warum kam jetzt so eine größere Pause? Warum ist das letzte Video vor sieben Tagen online gegangen und jetzt erst wieder eins? Ja, ähm. Also erstmal. Es gab ja einen Stream am Mittwoch. Für die Leute, die dabei waren, die wissen das. Es war auf jeden Fall ein ziemlich geiler Stream. Auch wenn es genau, darauf komme ich jetzt gleich auch noch mal zu sprechen, technische Probleme gibt. Und ich habe hier eine Dragonfly, die ich nicht mag, weil ich diese Waffe nicht spielen kann. Okay, eine Pumpkanne ist schon mal viel, viel besser. Ähm, ja. Ich hatte am Mittwoch den ersten Livestream. Da war auch am Mittwoch ein Video dazu online, wo ich das angekündigt habe. Es war auf jeden Fall richtig cool. Ihr wart, ziemlich viele von euch waren mit dabei. Hat richtig Spaß gemacht. Aber es gab am Anfang technische Probleme. Und, naja. Ich muss diesen Typen jetzt erstmal wegholen. Kleinen Moment. Wo bist du? Hier. Hallo, Kollege. Nice. Komm, komm, komm. Eintritt. Du bist so low. Hä? Was ist jetzt los? Okay. Was war das denn jetzt gerade? Komm her. Ja. Okay, nice. Alter. Puh. Äh, richtig strange. Ich hatte kurz Black Screen. Ja, moin. Okay. Macht das Ganze. Okay, hallo. Alles klar. Okay. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. Oder, beziehungsweise schwieriger eher. Und ja, ich habe mich halt die letzten Tage eigentlich nur, äh, Setup-technisch mäßig auf diesen Stream am Mittwoch quasi vorbereitet. Und jetzt im Moment, also warum das Video quasi erst heute, kommt. Nach dem Stream habe ich mich natürlich auch direkt wieder hingesetzt, weil, wie ich schon erwähnt habe, im Stream hatten wir am Anfang, ja, ein paar technische Probleme. Und, ja, die habe ich jetzt im Moment behoben. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet die letzten Tage, weil es echt, äh, Fehler waren, die ich nicht berechnen konnte. Und da vorne ist einer. Aber, es hat ja jetzt funktioniert. Beziehungsweise es funktioniert jetzt. Und, dich hole ich jetzt erstmal einen kleinen Moment weg hier. Okay, du hast deinen Teleport verkackt. Tut mir leid. Komm her. Komm, du bist so low. Oh, und da ist ein zweiter. Okay, nein, ich habe den Kill bekommen. Du staubst mir den nicht ab. So ein Lümmel. Okay. 14er Hatchet. 5er Hatchet. Ja, was sind das für Hits, ey. Ich brauche ein bisschen mehr. Okay. Ah, ich dachte, er slammed auf mich. Okay, never mind. Er versteckt sich jetzt ernsthaft hier. Ist das dein Ernst? Du kannst mir nicht entkommen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, Alter. Wir haben ihn noch bekommen. Okay, nice. Ja, und um die technischen Probleme habe ich mich die letzten Tage gekümmert. Deswegen kam jetzt auch, wie gesagt, die letzten Tage kein Video mehr. Aber dafür kommen jetzt wieder regelmäßig Videos, weil, wie gesagt, ihr habt es ja mitbekommen. Und da ist schon wieder einer. Was ist denn da los? Okay. Das ist der gleiche von vorhin wieder. Bloß mein Aim ist gerade mal wieder nicht am Start. Hallo. Kannst du bitte mal aufhören damit? Ja, der Typ nervt mich irgendwie. Okay. Ich treffe halt wirklich gar nichts, ne? Und ich bin so low. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Wir müssen dich jetzt kriegen. Oh mein Gott, Alter. Guck meine Lebensanzeige an. Alter, war das knapp. Holy moly. Okay. Jetzt erst mal chillen. Ja, darf ich jetzt mal? Danke. Wie gesagt, ich habe mich ziemlich krass die letzten Tage auf den Stream am Mittwoch vorbereitet und habe mich jetzt quasi nach dem Stream am Mittwoch habe die technischen Probleme, die wir anfangs am Mittwoch in dem Stream hatten, habe ich jetzt gefixt und das hat mich die letzten Tage, wie gesagt, ein bisschen gekostet. Waren ein paar, ja, schwierigere Sachen, die auch nicht ganz leicht zu durchschauen waren, wo es auch keine Lösung dafür im Internet gab. Ich musste das selbst in die Hand nehmen, aber Fakt ist, es funktioniert jetzt und was ich gleich ankündigen kann, am Montag um 18 oder 19 Uhr, das weiß ich noch nicht genau, das werde ich aber im Video am Montag nochmal ankündigen, wird es wieder den nächsten, oder was heißt wieder, wird es wieder einen, wieder, wieder, okay, wird es wieder einen Livestream geben. Wie gesagt, das kündige ich aber im Video am Montag noch an und ich hole jetzt erstmal dich weg, weil du bist ultra low. Was ist denn mit dir los? Ey, nein, du darfst mir jetzt echt nicht entkommen. Okay, dann erstmal noch hinten mitgedrückt. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, Alter, wenn der mir entkommen wäre, das wäre so unlucky gewesen und der hat unsere Pumpgun einfach auf Max gemacht. Der hatte einfach eine Pumpgun. Sehr schön. Okay, geil. Geil, 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 geil. Aber wie gesagt, Leute, der Stream am Mittwoch war mega nice, waren einige von euch dabei, hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn mich immer sowas triggert, wenn ich quasi in den Stream starte und, oder beziehungsweise irgendwie allgemein etwas starte und dann ist am Anfang erstmal ein technisches Problem, dann bin ich die ganze Zeit getriggert, bis ich dieses Problem gelöst habe. Aber ich habe es jetzt gelöst, ein paar Tage später. Aber, ja, das war schon echt anstrengend, weil irgendwie war das halt ein Problem, was eigentlich nicht auftreten sollte, aber halt aufgetreten ist. War wieder so ein Spezialfall, weil ich immer so viel Glück mit meinem PC habe, anscheinend, oder keine Ahnung. Ach, hallo. Okay. Hallo. Ich habe zwar keine Ahnung, was du jetzt vorhattest, aber es war nicht besonders klug. Okay. Ja, mein PC ist immer so ein Sonderfall. Mir geht auch, wie gesagt, für die, die mich aktiv verfolgen oder auf meinem Discord sind, die wissen auch, dass mir letzte meine Festplatte kaputt gegangen ist, letzte meine Wasserkühlung zweimal. Also, es ist echt schon immer ein Spezialfall mit meinem PC, aber es scheint jetzt alles zu funktionieren. Und, ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf den Stream morgen Abend um 18 oder 19 Uhr, wie gesagt, das kündige ich im morgigen Video noch an. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich habe richtig Bock. Und wir werden wieder ein bisschen Hyperscape daddeln, wir werden wieder ein bisschen Apex daddeln. Vielleicht diesmal Apex sogar ein bisschen länger, weil im letzten Stream am Mittwoch haben wir nicht so lange Apex gespielt. Und, ja, genau. Also, wenn ihr auf jeden Fall mir noch nicht auf Twitch folgt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Auf meinem Discord wird natürlich jeder Stream auch immer angekündigt. Da könnt ihr euch sogar spezielle Benachrichtigungen aktivieren, weil Twitch manchmal einfach rumbackt und euch nicht informiert, wenn ein Stream startet. Und, ja, jetzt konzentrieren wir uns mal hier ein bisschen mehr auf diese Runde. Da oben ist nämlich einer. Dich holen wir doch jetzt als allererstes mal weg. Hallo, wie geht's dir? Oh, zwei schöne Hits. Ah, ey, die mit ihren Bällen, ey. Ich hasse diesen Ball-Hack. Ich mag den gar nicht, weil das ist so ein... Danke. Okay, nice. Das ist so ein blöder Escape-Hack, mit dem du so weit wegkommen kannst, theoretisch, wenn du quasi nicht komplett aggressiv am Pushen bist, also vom Gegner gepusht wirst. Dann kannst du mit dem Ball-Hack so leicht abhauen. Das ist so schlimm. Aber okay, wir haben ihn bekommen. Ich gucke mal da hoch, ob da noch irgendwer ist. Nee. Oh, doch, 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 klar. Hi, was geht? Er sieht's nicht. Er sieht's einfach nicht. Und schon wieder einer mit Ball. Ja, toll. Okay. Oh, schön Hits in der Luft mit reingedrückt. Er spielt Firewall. Und er trifft ziemlich gut mit seiner Dragonfly. Alter. Der hätte uns fast bekommen können. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay. So, eine Harpy würde ich gerne noch finden. Das wäre ganz geil. So ein Harpy auf Max-Level wäre echt schnieke. Und vielleicht auch noch ein paar Hacks. Aber wir gucken mal, wo die Nächsten sind. Es leben noch 16 Spiele. Das ist sogar ziemlich viel. Acht Kills. Aber ja, doch, das kann sich sehen lassen. Oh, da unten ist einer. Okay. Ich glaube, er hat uns auch nicht gesehen, oder? Warum sehen die uns alle nicht? Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit nur Sniper spielt, ey. Okay, nice. Ah, 20, 25. Ah, schade. Okay. Er will entkommen. Ja, nicht mit mir. Ich hole dich, Kollege. Ich kriege dich. Komm. Yes, nice. Er hat dann noch einen Teleport für mich. Perfekt. Dadurch sind wir Teleport auf maximaler Stufe. Da vorne war ein Slam. Okay, dann gucken wir doch gleich mal da vorbei. Oder habe ich gerade hier wen gehört? Ich dachte, ich habe was gehört. Vielleicht da oben? Ich gucke mal kurz hoch. Weil ich hätte schwören können, ich habe da gerade was gehört. Und ich kann mich natürlich auch getäuscht haben. Hallo? Jemand hier oben? Nee, offensichtlich habe ich mich wirklich getäuscht. Oder? Ja, kann doch nicht sein. Nein. Ich bin mir fast sicher, dass ich gerade was gehört habe. Ah, da ist jemand. Hi. Na? Komm. 35er in der Luft. Oh, der hat einen Sniper. Okay, wir müssen aufpassen. Der kann uns in der Luft ziemlich leicht snipen. Aber okay, der droppt da hinten. Alles klar. Okay. Da wurde irgendwer gefinisht. Okay. Oh, dich, Kollege. Dich kriege ich. Dich bekomme ich. Nice. Wir haben die Mahapi auf Max Level. Das heißt, wir sind jetzt komplett maxed out. Nice. Oh. Oh, der ist aber nicht schlecht. Der ist ziemlich gut sogar. Der macht uns absolute Hits. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Beziehungsweise ich muss mich erst mal heilen oder regenerieren. Oh, ich hoffe, der verfolgt mich nicht. Oh mein Gott. Doch, tut er. Er verfolgt mich. Ja, RIP. RIP. Nein, nein, nein. Lass mich heilen. Lass mich heilen. Oh, oh. Okay. Ich habe den Shield und den Teleport. Ich trenne jetzt einfach die ganze Zeit hier so ein bisschen im Kreis. Keine Ahnung. Oh ja, ich könnte mich ins Haus da campen. Oder in dieses Ding. Ich glaube, er ist weg. Oder er checkt es nicht. Hat er es gecheckt? Ich weiß es nicht. Komm. Oh mein Gott. Okay, wir sind wieder voll. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt doch gleich den Angriff. Ist er noch da? Ich weiß es nicht. Oh ja, er ist noch da. Er glaube, ich komme jetzt gleich hoch, oder? Komm. Jump nach oben. Yes. Nein, er macht sich unsichtbar. Damit kann ich noch nicht ihren Hitten, Mann. Oh ja, schöner 36er. Let's go. Komm. Komm her. Oh, das war ein ziemlich nicer Move. Oh mein Gott, sind wir low. Der gibt uns so kranke HP jetzt. Oh nein, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Da ist kein Haus. Da kann ich nirgendwo rein. Oh mein Gott. Ey, der ist so knapp hinter uns, ne? Verdammt. Der darf uns nicht bekommen. Okay, wir sind aber fast wieder full. Komm, komm, komm. Okay, wir sind wieder full. Perfekt. So. Nein, der ist da schon wieder. Ey, was ist denn das? Junge, hör auf. Ich habe Angst vor dir. Ich habe echt Angst vor dir, weil du bist ziemlich gut. Wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Okay, er kommt hoch. Nice. Schön hinter der Luft mitgedrückt. Schön 40er. Ah, 11 ist ein bisschen wenig. Komm. Komm her. Jetzt will ich dich aber. Jetzt will ich dich. Nein, nein, nein. Nicht wieder abhauen. Wo ist er hin? Ich glaube, er kommt von der Seite raus. Ja. Hatte ich recht. Nice. Was? Als ob der Hit nicht gezählt hat. No way. Ich mache halt... Oh mein Gott, der ist so gut, der Typ. Ja, Labe halt. Alter, was ist das für ein Kampf? Was ist das für ein Kampf? Ich bin so low. Ich bin so down. Komm. Oh, schöne 26er. Jetzt muss ich risken. Aber ich muss weg hier. Ich kann es nicht riskieren, ihn jetzt anzugreifen. Kann ich nicht machen. Ich bin viel zu low. Nein, der Hit hätte setzen müssen. Ich kann nicht mehr reden, ey. Der Kampf ist so viel zu anstrengend. Okay, nochmal 55er. Nee, 35er. Komm, 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 komm. Yes. Oh mein Gott. Was war das für ein Kampf? Alter. Ich glaube, das war der längste und spannendste Kampf. Oder dieses längste und spannendste 1v1, was ich jemals mit einem Typen hatte. Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Das war halt wirklich das längste 1v1 aller Zeiten. Wir haben bestimmt zwei Minuten gefeitet. Oh mein Gott. Aber ich habe es gewonnen. Oh nein. Der hat eine D-Tab. Als ob du eine D-Tab hast. Ja gut. Dann verstecke ich mich hinter der Mauer. Der hat uns komplett gelasert gerade mit seiner D-Tab. Aber okay. Zu Recht, zu Recht. Die Waffe ist nicht schlecht. Aber ich hate sie nicht. Okay. Erstmal voll healen. So, jetzt können wir in den Angriff wieder übergehen. Let's go. Irgendwo in Throne Hall ist glaube ich was. Und irgendwo von rechts. Ah, das ist der Typ mit der D-Tab wieder. Okay. Ja, nicht schlimm. Alles cool. Irgendwo hier ist jemand gestorben. Hallo? Draußen? Nicht dein Ernst, oder? Ach komm. Ach Hyperscape. Was ist denn das? Ja, okay. Geil. Ich wurde einfach aus der Runde geschmissen. Ja, moin. Ach komm. Was ist das denn? Naja, okay. Ja, aber trotzdem. Die Runde war ziemlich, ziemlich geil. Wir haben epische Kills mit der Pump gemacht. War auf jeden Fall doch, doch, da war eine richtig geile Runde. Leute, wie gesagt, Montag 18 oder 19 Uhr werde ich im Video morgen nochmal ankündigen. Gibt es einen Livestream auf Twitch. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.